Wie ist die Metastasierung von malignen Tumoren von Krebs begünstigt? Es gibt drei Faktoren, die die Metastasierung von malignen Tumoren von Krebs begünstigen. Die Ausbildung von Tochtergeschwülsten wird einmal begünstigt durch die bereits erwähnte Wachstumsautonomie. Das ist wirklich eine Frechheit. Die Zellen können aus dem Gewebeverband abreißen, lassen sich irgendwo hinschwemmen, lassen sich dort nieder und wachsen dort unabhängig vom Herkunftsgewebe einfach weiter. Das geht so gespenstisch, dass, schauen Sie bitte mal in Ihrem Schrembel nach, unter dem Begriff Hela-Zellen, H-E-L-A, Hela-Zellen. Da wird beschrieben, dass es sich um Zellen handelt von einem Tumor, der einer Amerikanerin, ich glaube, dass sie so ähnlich wie Helen Lane heißt, in den 50er Jahren aus der Gebärmutter entnommen wurde und dann wollte man diesen Tumor untersuchen und es hat sich herausgestellt, dass wir das heute nicht mehr schaffen, also lass ihn uns bis morgen früh in Nährlösung legen. Dann hat man am nächsten Morgen festgestellt, dass sich die entnommene Tumormasse vermehrt hat und dann hat man einige dieser Zellen in Nährlösung liegen gelassen und hat dann festgestellt, der wächst immer weiter. Dann haben die Leute aus der Universität oder aus der Klinik nebenan gefragt, können wir von diesen Zellen mal eine kleine Gewebeprobe haben, weil wir würden gerne mit unserem Krebsmedikament etwas ausprobieren und heute sind diese Hela-Zellen, wie gesagt, wenn Sie es nicht glauben, lesen Sie im Schrembel nach, sind über die ganze Welt verteilt. Die wachsen natürlich nicht auf dem Labortisch, sondern nur in Nährlösung, aber würde man sie ununterbrochen weiter wachsen lassen, dann würde ihnen wahrscheinlich keinerlei Grenze gesetzt sein. Es ist also für die Onkologie ein sehr interessantes Thema zu beobachten, dass Zellen, wenn man ihnen einfach nur Nährlösung zukommen lässt, einfach weiter wachsen. Die sind nicht auf einen Gewebeverband angewiesen. Dann haben wir als nächstes Kriterium, das die Metastasierung unterstützt, die amöboide Eigenbeweglichkeit. Das heißt, die Zellen sind teilweise in der Lage, sich per bestimmter Bewegungsmechanismen, Kontraktion und Entspannung von Zellmembranfilamenten weiter zu bewegen, die Eigenbeweglichkeit. Und schließlich haben wir als drittes Kriterium die proteolytischen oder histiolytischen Enzyme. Histiolytisch heißt Gewebeauflösend und wir haben hier Enzyme, die, tja man möchte fast sagen, Grenzen oder Hindernisse, die sich den Zellen in den Weg stellen, einfach auflösen, einfach verätzen, zersetzen und was auch immer. Diese drei Mechanismen machen, dass Folgendes passieren kann. Nehmen wir mal an, wir haben hier ein beliebiges Gefäß. Und am Rande dieses Gefäßes wächst eine beliebige Gruppe von Krebszellen. Unterschiedlich groß, teilweise atypisch geformt, sehr verschieden. Und an dieser Stelle, an die wir jetzt gelangen, hier an dieser Stelle, hat der Tumor mittels seiner proteolytischen oder histiolytischen Enzyme ein Loch in die Gefäßwand gefressen. Und es kommt zum Einwachsen und zum Losreißen einzelner Zellen aus dem Tumorverband. So, das ist der erste Schritt. Lassen Sie uns annehmen, das Gefäß wird in dieser Richtung von Blut oder Lymphe durchflossen. Lassen Sie uns annehmen, wir haben zum Beispiel den Einbruch in eine Lymphbahn. Und was jetzt passiert ist die Metastasierung in den nahegelegenen Lymphknoten. Dann schauen wir uns einmal an, was im weiteren Verlauf in diesem Lymphgefäß passiert. Die Zellen aus dem Tumor und die Zellklümpchen aus dem Tumor, teilweise miteinander verbacken, teilweise einzeln und so untypisch, wie ich es gesagt habe, werden mit der Flüssigkeit mitgeschwemmt. Und jetzt kommt es dazu, dass Fibrin angelagert wird und diese Zellen richtig zu kleinen Klumpen oder Gewebeklümpchen verbindet, sodass man fast denken könnte, wir haben hier so etwas wie einen Thrombus. So etwas wie einen Thrombus, ich sollte vielleicht doch, damit Sie es erkennen, die Zellkerne hier einzeichnen, damit Sie wissen, wo eine einzelne Zelle zu Ende ist. Und die andere beginnt. So. Und hier auch haben wir die Zellkerne jeweils in Rot. So. Und das Fibrin, das sich an diesen Zellklumpen anlagert, bedeutet natürlich auch, dass dieser Zellklumpen, der jetzt in der Lymphe fortgeschwemmt wird, an der nächstbesten Stelle, und das wäre beispielsweise der Lymphknoten, einfach andockt, festwächst, sich hier mit der Umgebung verbackt sozusagen. Wir haben wieder, wie üblich, die Zellkerne hier drin, des Gewebeklumpens, Zellklumpens, wie Sie wollen, an der nächsten Gefäßmembran, an der nächsten Gefäßwand, oder wie ich sagte in diesem Falle, im Lymphknoten, und dann mittels proteolytischer oder histiolytischer Enzyme den Durchbruch durch das Gefäß, den Einbruch in das Lymphgewebe, den Einbruch in das benachbarte Organ. Wir haben also hier die Absprengung und an dieser Stelle, in dieser Region, wächst der Tumor dann einfach weiter. Das ist, was wir Metastasierung nennen. Bis zum nächsten Mal.